Aus dem Rizalainu-Gesamtwerk Stab Moses Kommentare zum Koran Von Bediussaman Said Nursi Said Nursi, 1877-1960 Er hielt vom Scheich-Ul-Islam den Ehrentitel Bediussaman, sprich, Bediussaman, welcher besagt, dass er zu seiner Zeit seinesgleichen nicht hatte. Zeigte schon als Knabe erstaunliches, wissenschaftliches Interesse und lernte viele Bücher auswendig. Versuchte dem Niedergang der Türkei durch Besinnung auf die Werte des Islam entgegenzuwirken. Schrieb 130 Abhandlungen über den Koran, welche in viele Sprachen übersetzt wurde. Lehrte entsprechend dem islamischen Glauben, dass die Schöpfung selbst stets aufs Beste über ihren Schöpfer unterrichtet und somit sogar moderne Wissenschaften Kunde geben von Gott. Stab Moses, 1 Stab Moses, 2 Stab Moses, 2 Stab Moses, 3 Vielen Dank.